Jesus von Nazareth war ein jüdischer Wanderprediger. Etwa ab dem Jahr 28 trat er öffentlich in Galilea und Judäa auf. Zwei bis drei Jahre später wurde er auf Befehl des römischen Präfekten Pontius Pilatus von römischen Soldaten gekreuzigt. Das Neue Testament ist als Glaubensdokument der Urchristen zugleich die wichtigste Quelle der historischen Jesusforschung. Danach hat Jesus Nachfolger berufen, den Juden seiner Zeit das nahe Reich Gottes verkündet und sein Volk darum zur Umkehr aufgerufen. Seine Anhänger verkündeten ihn nach seinem Tod als Jesus Christus, den Messias und Sohn Gottes. Daraus entstand eine neue Weltreligion, das Christentum. Auch außerhalb des Christentums wurde Jesus bedeutsam. Herkunft Jesus ist die latinisierte Form des altgriechisch flektierten Eta Sigma Omikron Sigma mit dem Genitiv Eta Sigma Omikron Jesu. Es übersetzt die aramäische Kurzform Jeschwa des hebräischen männlichen Vornamens Jehova. Dieser setzt sich aus der Kurzform Jeho des Gottesnamen JWH und einer Form des hebräischen Verbs Jeschwa zusammen. Demgemäß deuten MT 1,21 und APG 4,12 den Namen als Aussage, Gott ist die Rettung oder der Herr hilft. Auch die gräzisierte Form blieb im damaligen Judentum geläufig und wurde nicht wie sonst typisch mit einem griechischen oder lateinischen Doppelnamen ergänzt oder von ähnlich klingenden Neunamen ersetzt. Einige Stellen setzen dem Vornamen Josefs Sohn oder Sohn der Maria meist jedoch Nazarenes oder Nasoraios hinzu, um seinen Herkunftsort anzugeben. MT 2,23 EU erklärt dies so, ließ sich in einer Stadt namens Nazareth nieder, denn es sollte sich erfüllen, was durch die Propheten gesagt worden ist. Er wird Nasorea genannt werden. Diese Weissagung kommt im Tanach nicht vor, kann aber auf den Ausdruck Neser in Jas 11,1 für den Messias als Nachkomme Davids anspielen. Eventuell deuteten die Evangelisten damit eine herabsetzende Fremdbezeichnung Jesu um, die auch für Christen im syrischen Raum üblich war und in den Talmud als Nosri einging. Das NT gibt kein Geburtsdatum Jesu an, Jahr und Tag waren den Urchristen unbekannt. Die christliche Zeitrechnung berechnete Jesu mutmaßliches Geburtsjahr falsch. Nach MT 2,1 FF und LK 1,5 wurde er zu Lebzeiten des Herorts geboren, der nach Josefus 4 v. chr. starb. Demnach wurde Jesus wahrscheinlich zwischen 7 und 4 v. chr. geboren. LK 2,2 datiert Jesu Geburtsjahr auf eine erste römische Volkszählung durch Eintragung von Grundbesitz in Steuerlisten unter Quirinius. Dieser wurde jedoch erst 6 siebtel n. chr. Stadthalter Rums für Syrien und Judäa. Eine frühere derartige Steuererhebung ist dort unbelegt und gilt wegen der Steuerhoheit des Herorts als unwahrscheinlich. LK 2,2 wird daher meist als chronologischer Irrtum und Versuch gedeutet einen Umzug der Eltern Jesu nach Bethlehem glaubhaft zu machen. Versuche, Jesu Geburtstag durch astronomische Berechnungen einer mit dem Stern von Bethlehem identifizierten Himmelserscheinung zu bestimmen, gelten als unwissenschaftlich. Die Evangelien berichten zusammenhängend nur aus ein bis drei der letzten Lebensjahre Jesu. Nach LK 3,1 trat Johannes der Täufer im 15. Jahr der Herrschaft des Kaisers Tiberius auf. Nach dieser einzigen exakten Jahresangabe im Ente trat Jesus frühestens ab 28 auf, wohl seit der Täufer inhaftiert war. Damals soll er etwa 30 Jahre alt gewesen sein. Nach allen Evangelien wurde Jesus auf Befehl des römischen Präfekten Pontius Pilatus hingerichtet. Sein Todesjahr fiel also in dessen Amtszeit in Judäa von 26 bis 36. Als Todestag überliefern sie den Vortag eines Sabbat während eines Pessach. Die Synoptiker nennen den Hauptfesttag nach dem Sederabend, also den 15. Nisan im jüdischen Kalender, das Johannes-Evangelium dagegen nennt den Rüsttag zum Fest, also den 14. Nisan, nach kalendarisch-astronomischen Berechnungen fiel der 15. Nisan in den Jahren 31 und 34 der 14. Nisan dagegen 30 und 33 auf einen Freitag. Viele Forscher halten die johannische Datierung heute für historisch glaubwürdiger. Manche vermuten einen zusätzlichen Passersabbat am Tag vor dem Wochensabbat, sodass Jesus übereinstimmend an einem Donnerstag gekreuzigt worden sein könne. Die meisten halten 30 für Jesu wahrscheinliches Todesjahr, weil Paulus von Tarsus zwischen 32 und 35 Christ wurde, nachdem er die Urchristen eine Weile verfolgt hatte. Andere datieren das Auftreten des Täufers auf 29 oder 30 und Jesu Wirkungszeit gemäß johann 2,13, 6,4, 11,55 auf bis zu vier Jahre. Dann wäre er 32 oder 33 gestorben. Jesus wurde demnach zwischen 30 und 40 Jahre alt. Die Geburtsgeschichten des NT gelten weitgehend als Legenden, da sie bei MK und JH fehlen, sich stark unterscheiden und viele mythische und legendarische Züge enthalten. Dazu zählt man die Listen der Vorfahren Jesu, die Geburtsankündigung durch einen Engel, die Geistzeugung und Jungfrauengeburt Jesu, den Besuch von orientalischen Astrologen, den Stern, der sie zu Jesu Geburtsort geführt haben soll, den Kindermord in Bethlehem und die Flucht der Eltern mit Jesus nach Ägypten. Nach MT 2,5 F und LK 2,4 wurde Jesus in Bethlehem in Judäa geboren, dem Herkunftsort Davids, von dem im Tanach der künftige Messias abstammen sollte. Damit betonen sie, Jesus sei Davids Nachkomme gewesen und seine Geburt in Bethlehem habe die messianische Verheißung Mi 5,1 erfüllt. Bei MK und JH fehlen Geburtsgeschichten und Bethlehem als Geburtsort. Alle Evangelien nennen Nazareth in Galiläa als Jesu Heimat oder Vaterstadt, Wohnsitz seiner Eltern und Geschwister und bezeichnen ihn darum als Nazarener oder Nazoreer. Nazareth war damals ein unbedeutendes Dorf von höchstens 400 Einwohnern wie archäologische Gebäude und Geschirrfunde belegen. Es kommt im Tanach nicht vor. Diese Bedeutungslosigkeit spiegeln überlieferte Einwände gegen Jesu Messianität. MT und LK haben den ihnen überlieferten Wohnort der Familie Jesu verschieden mit den Geburtsgeschichten ausgeglichen. Jesu Eltern hätten in Bethlehem ein Haus bewohnt und seien erst später nach Nazareth gezogen. Sie seien kurz vor Jesu Geburt von Nazareth nach Bethlehem gezogen und dort mangels Quartier in einem Stall untergekommen. Deshalb nehmen Historiker heute meist an, dass Jesus in Nazareth geboren wurde und sein Geburtsort später nach Bethlehem verlegt wurde, um ihn gegenüber Juden als Messias zu verkünden. Jesus war nach MK 6,3 der erstgeborene Sohn Marias. Josef taucht im Markus-Evangelium nicht auf. Die Vorfahrenlisten betonen jedoch Jesu väterliche Stammlinie als Sohn Josefs. So nennen ihn auch Maria in LK 2,48 und die Galiläa in JH 6,42. Nach LK 2,21 wurde Jesus gemäß der Tora am 8. Leben stark beschnitten und dabei nach jüdischem Brauch nach seinem Vater benannt. Also Jeschwa ben Josef wie LK 4,22 bestätigt. Doch nach Jesu Taufe erwähnen die Synoptiker Josef nicht mehr. Dieser Befund wird verschieden erklärt. Bruce Chilton vertrat mit Bezug auf MT 1,18 die These. Jesus sei noch vor Josefs gültiger Heirat mit Maria gezeugt worden und Josef sei früh gestorben. Jesus sei darum in seiner Heimat als uneheliches, nicht erbberechtigtes Kind abgelehnt worden. Durch Josefs frühen Tod habe niemand dessen Vaterschaft rechtsgültig bezeugen können. Dem entsprach eine jüdische Polemik gegen die Lehre der Jungfrauengeburt Jesu. Der Philosoph Kelso stellte Jesus laut Origenes im 2. der Talmud im 4. Jahrhundert als außereheliches Kind eines Liebhabers Marias namens Pantera dar. Mit Bezug auf diese Quellen erklärte Gerd Lüdemann Jesu Benennung nach seiner Mutter in MK 6,3 und seine Außenseiterrolle in Nazareth. Viele Neu-Testamentler nehmen dagegen eine tatsächliche Vaterschaft Josefs und dessen Herkunft aus einer damals unterdrückten Nebenlinie der David-Dynastie an. Nach MK 6,3 hatte Jesus vier Brüder namens Jakobus, Josef, Judas, Simon und einige nicht benannte Schwestern. Die Brüder nahmen nach einigen der zwölf Jakobs Söhne und die Auslösung Jesu als des ersten Sohnes im Tempel deuten auf eine toratreue jüdische Familie. Brüder und Schwestern kann im biblischen Wortgebrauch auch Vettern und Cousinen umfassen. Nach allen Evangelien bewirkte Jesu öffentliches Auftreten Konflikte mit seiner Familie. Das vierte der biblischen Zehngebote Ehre Vater und Mutter verlangte nach damaliger Auslegung die Fürsorge der ersten Söhne für Eltern und Sippe. Doch zu Jesu Nachfolge gehörte nach MT 10,37 LK 14,26 Dekasekunden Verlassen der Angehörigen, das auch von der vermuteten Kumran-Gemeinde bekannt ist. Wie sie vertrat Jesus offenbar ein afamiliäres Ethos der Nachfolge, da seine ersten Jünger ihren Vater nach MK 1,20 bei der Arbeit zurückließen, wenn auch mit Tagelöhnern. Nach MK 3,21 versuchten Jesu Verwandte ihn zurückzuhalten und erklärten ihn für verrückt. Darauf soll er seinen Anhängern erklärt haben, wer den Willen Gottes erfüllt, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter. Auch rabbinische Lehrer ordneten den Gehorsam gegenüber der Tora jenem gegenüber den Eltern vor, verlangten aber keine völlige Trennung von der Familie. Nach MK 7,10f hob auch Jesus das vierte Gebot nicht auf. Durch keine Gelöbnisformel dürfe man sich der Unterhaltspflicht gegenüber den Eltern entziehen. Nach MK 6,1-6 wurde Jesu Lehre in Nazareth abgelehnt, so dass er nicht mehr dorthin zurückgekehrt sei. Aber nach MK 1,31 versorgten Frauen aus Jesu Heimat ihn und seine Jünger. Sie blieben nach MK 15,41 bis zum Tod bei ihm, so nach JH 19,26f. Auch seine Mutter, er soll noch am Kreuz für ihr Wohlergehen gesorgt haben, indem er sie einem anderen Jüngerer anvertraute. Obwohl seine Brüder nach JH 7,5 nicht an ihn glaubten, gehörten seine Mutter und einige Brüder nach seinem Tod zur Urgemeinde. Jakobus wurde später wegen seiner Auferstehungsvision deren Leiter. Nach einem von Eusebius überlieferten Zitat des Hegesippus ließ Kaiser Domitian bei seiner Christenverfolgung die noch lebenden Großneffen Jesu verhaften und verhörte sie. Dabei hätten sie die Frage nach ihrer davidischen Abstammung bejaht, vom Kaiser deshalb vermutete politische Ambitionen aber verneint und ihre bäuerliche Armut betont. Sie seien freigelassen worden und danach zu Kirchenführern aufgestiegen. Dass Jesu Angehörige sich als Nachfahren von König David sahen, gilt daher als wahrscheinlich. Sprache Ausbildung Beruf als galiliescher Jude sprach Jesus im Alltag das westliche Aramäisch. Das bestätigen einige aramäische Jesus-Zitate im N.S.T. Ob man griechische Ausdrücke und Redewendungen ins Aramäische zurückübersetzen kann, ist seit Joachim Jeremias ein wichtiges Kriterium. Mögliche echte Jesus-Worte von urchristlicher Deutung zu unterscheiden. Das biblische Hebräisch wurde in Palästina zur Zeit Jesu kaum noch gesprochen. Er kann es dennoch beherrscht haben, da er den Tanach laut N.T. gut kannte und in den Synagogen Galileas vorlass und auslegte. Er kann Bibeltexte auch aus aramäischen Übersetzungen kennengelernt haben. Ob er die griechische Keune, die damalige Verkehrssprache im Osten des Römischen Reichs, sprechen konnte, beurteilen Forscher wegen Fehländer direkter N.T. Belege verschieden. Aus Jesu Jugendzeit überliefert das N.T. nur einen Aufenthalt des 1-2-Jährigen im Tempel, bei dem er die Jerusalemer Thora-Lehrer mit seiner Bibelauslegung beeindruckt haben soll. Das gilt als legendarisches Motiv um Jesu Bibelkenntnis zu erklären. Lesen und Schreiben konnten Kinder ärmerer jüdischer Familien, die keine Schrift Rollen besaßen, allenfalls in Thora-Schulen und Synagogen lernen. Nach Lk 4,16 las Jesus in der Synagoge von Nazareth aus der Thora vor, bevor er sie auslegte. Nach Mk 6,2f hatten Jesu-Hörer ihm das Predigen nicht zugetraut und bemerkt, dass es sich von der traditionellen Schriftauslegung unterschied. Nach J.T. 7,15 fragten sie sich, wie kann dieser die Schrift verstehen, obwohl er es nicht gelernt hat. Doch Jesu häufige Frage an seine Hörer, habt ihr nicht gelesen, setzt seine Lesefähigkeit voraus. Ob er aufschreiben konnte, ist ungewiss. Nur J.T. 8,6 erwähnt eine Geste des Schreibens oder Zeichnens auf den Boden. Jesu Predigt und Argumentationsstil ist rabbinisch. Seine ersten Jünger nannten ihn Rabbi oder Rabboni. Diese aramäische Anrede entsprach dem griechischen Delta Iota Delta Alpha Sigma Kappa Alpha Lambda Omikron Sigma für Lehrer. Sie drückte ihre Erbietung aus und gab Jesus denselben Rang wie den Pharisäern, die sich als Ausleger Mosarscher Gebote ebenso bezeichneten. Aus starken Ähnlichkeiten der Thora Auslegung Jesu mit damaligen Rabbiner Richtungen folgert Pinchas Lapide. Er müsse eine Thora Schule besucht haben. Nach M.K. 6,3 war Jesus nach M.T. 13,55 sein Vater Bauhandwerker. Vermutlich erlernte Jesus wie viele jüdische Söhne den Beruf des Vaters. Obwohl ein Handwerk als Lebensunterhalt für einen Rabbi damals üblich war, macht das N.T. dazu keine Angaben. Bauhandwerkliche Kenntnisse Jesu zeigen etwa die Gleichnisse L.K. 6,47-49 und M.K. 12,10. Nach vielen Metaphern seiner Aussagen kann er auch Schäfer, Bauer oder Fischer gewesen sein. Nazareth lag sieben Kilometer von der Stadt Sephoris entfernt, die Herods Antipas zur Residenz ausbauen ließ und in der die Großgrundbesitzer wohnten. Sie kann manchen Dorfbewohnern als Arbeitsplatz gedient haben. Das N.T. erwähnt die Stadt nicht und betont, dass Jesus andere hellenistische Städte nicht besuchte. Amit." Untertitelung des ZDF, 2020